Ach, fuck you, man! Denn wenn ich will ein Held sein, halt dich an mir fest. Denn ich will ein Held sein, den der Mut nie verlässt. Und am Ende wird man sehen, ob wir gemeinsam diesen Test bestehen. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Man Crystal Plus 100%. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Zinnoberinsel. Und ja, schauen wir einfach mal, was da so los ist. Oh, Dawnfang kommt schon wieder ganz schön nach hinten. Ja, wir haben es fast geschafft, Kanto-Region durchzuballern. Wir haben fast alle Arena-Leiter down. Wir sind jetzt bei 94 Pokémon. Wir speichern mal eben, dann können wir das nochmal gucken, ob das stimmt. Moment. Warum sagt der Pokédex 115? Was kommt denn nicht hin? Tatsache. Ach. Ja, es haben sich ja ein paar entwickelt. Oh nein. Ah, verdammt. Was? Was habe ich denn alles vergessen? Nein. Äh, Kramux habe ich mit aufgeschrieben. Hunduster hat sich zu Hundemond entwickelt. Das stimmt. Ähm. Unser, hier. Dings hat sich zu Dings entwickelt. Was haben wir noch? Was habe ich denn vergessen? Oh mein Gott. Bestimmt habe ich meine ganzen Entwicklungen nicht mit aufgeschrieben. Oder? Ja, ich habe es jetzt nicht auf dem Zettel. Egal. Na, dann ist das jetzt so. Ich schreibe einfach mal so weiter. Hm, Moment. Dann mache ich jetzt eben... Save. 115 war das, ne? Dann mache ich jetzt bei Charnera, was wir im letzten Part gefangen haben. 115 hin. So. Dann können wir wenigstens vernünftig weiterrechnen. Und wollen wir hoffen, dass ich mir nicht schon wieder verrechne. Badribe. Bis, bis tot. So. Die wilden Pokémon werden so weggespeedet. Ja. Sehr gut. 115 haben wir schon. Das heißt, wir haben schon fast die Hälfte erreicht. Noch 10 Pokémon. Bäm. Tentoxa. Sehr schön. Hundemon. Piss zum Morgengrauen. Level 48 hat unser Hundemon schon. Wir haben ein Step drauf, aber es bringt nicht viel. Was soll das denn? Ja, ich kriege echt einen Föhn. Bei diesem Spiel kriege ich so oft schlechte Laune. Das ist unmöglich. Ach ja, egal. So, einmal nach oben. Unser Hundemon muss jetzt einfach mal alleine klarkommen. Das ist jetzt einfach mal so. Da sage ich auch nichts mehr zu. Und so weiter geht's. Tudu. Tudu. Oh shit, ich habe ja richtig Bammel vor dem nächsten Arena Leiter. Also nicht vor dem nächsten Arena Leiter, sondern den danach. Das wird so heftig werden. Blu wird uns so den Arsch aufreißen. Ich sehe es kaum. Ohne Scheiß. Da ist er. Hey. Who are you? Well, it's plain to see. That you and bla 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 bla. Was der alles für Geschichten zu erzählen hat? Wahnsinn. So, Zinnoberinsel ist zerstört. Warum? Ist einfach so. Der wird bestimmt Level 70er Pokémon haben. Aber das ist ja trotzdem nicht unmöglich für mich, diese platt zu machen. Na, Tentacruel, verpiss dich. Mann. Tudu, 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 Tudu. So, Meryl. Tschüss. Tot. War das schon alles an Trainer? Nein. Ernsthaft? Okay, der nächste Arena. Pyro mit Feuer-Pokémon. Da bin ich am... Oh mein Gott. Willst du mich verarschen? Drecksvieh. Verreckt dran. Meine Güte. Stami. Ich wollte gerade sagen, Stami hat ja eine Schwäche. Das ist ja Psycho. Oh fuck. Und Psycho ist schlecht gegen Unlecht. So, wohin kommen wir jetzt? Werden wir hier weiterschwimmen? Uh, noch eine Trainerin. Yay. Komm her. Piss. Piss. Wir nehmen noch alles mit, was wir kriegen können an Trainern. Faint Attack. Faint Attack. Oh, Knirscher. Wäre geil. Ne, da wechseln wir aus, weil... Ähm... Ich weiß so schon, dass unser Parkmann da keine Chance gegen hat. Icebeam. So, ich hätte jetzt wetten können, dass das blöde 4 uns einfriert oder sowas. Moment, einmal schnell Pack und ein paar Furry Store verballern. So. Und so. Hier sind so viele Trainer. Ist das in jeder Generation so? Ich hab das gar nicht mehr so in Erinnerung. Muschaks. Muschaks. Kleuster. Bitter. Noch mehr Trainer. Biss. Oh shit. Oh man. Warum hat das so einen Schaden? Faint Attack. Ja, fick dich ins Knie, ey. Ohne Scheiß. Hat nur ein Drecks-Pokémon. Das macht mich so übelst fettig. Ich will Knirscher haben. Knirscher ist genau das, was unser... Oh shit. Was unserem Hundemann fehlt. Du 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 du. Ach mein Gott, nochmal. Nervt doch nicht hier. Alter. Schiete. So, war's das? Ach mein Gott. Das ist so nötig. Hör mal, hier muss doch mal irgendwo was sein. Ohne Schmarrn. Du 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 du. Hier oben. Bestimmt. Faint Attack. Siehst du, hier haben wir auch den Weg. Hi. Erstmal heilen. Bis. Tschüss. Tentacruel. Oh, hat überlebt. Okay. Faint Attack. Ja, Mann. Genauso will ich das sehen. Faint Attack weg. Crunch. Das ist unmöglich. Ohne Scheiß. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, was hier los ist. Dass meine Pokémon so einfach gehext werden. Vor allem Hundemann. Was eigentlich super stark ist. Strength. Oh, tot. Crunch. Und Crunch ist vor allem eine Step Attack bei ihm und super heftig. Warum also... Ach, jetzt seid ihr fertig. Auf einmal, ihr dummen Kackbuns, ey. Spasten. So. Jetzt haben wir wenigstens eine gute Chance gegen Pyro. Da wir unser... Haben wir nicht noch ein Sunglasses? Oder habe ich das gar nicht abgeholt? Nö, habe ich nicht abgeholt. Egal. Du. Du 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 du. So. Runter. Auf, auf. Zu dem Herrn Pyro. Ach, Mann. Verpiss... Verpiss dich doch. Mein Gott. Ach, scheiße. Ich bin zu weit. Nein. Dummy. Ist hier noch was? Das sieht hier so nach Ebene aus, ne? Nö, ist nix. Oh mein Gott. Außer wilder Packmann. Ja. Pyro erwartet uns. So, und den lassen wir wieder in normaler Geschwindigkeit auf, hm? Sehr schön. Oh mein Gott. What a level. Crunch. Wir sind schneller. Krass. Uh, der Schand ist gar nicht mehr so schlecht. Ist das sehr effektiv? Nein, Bodenattacken sind gegen Gestein sehr effektiv. Es ist super effektiv. Okay. Piss. Ja, genau. Oh, genau. Oh, und das... Das ist so typisch. Ohne Scheiß. Setzen Max Potion ein. Genau. Schön. Wing Attack. Verdammt. Wir machen kaum Schaden. Bis. So. Hundemon wird jetzt mit Knirscher, dass wir töten. So, sehr schön. Puh. Arcani. Wir bleiben drin. Oh, das sieht so cool aus. Arcani ist so ein geiles Pokémon. Crunch. Dürfte eigentlich nicht viel bringen. Willst du mich verarschen oder so? Das kann doch nicht sein. Ha. Mist. Tod. Wir haben gewonnen. Rapidash. Das ist Galoppa, ne? Ja. Galoppa ist... mies. Die sind alle Level 65. So, liebe Leute. Galoppa ist ein physisch ausgelegtes Pokémon. Warum kann ein Galoppa mich so einfach töten? So, dafür ist es jetzt tot. So, sehr schön. Ha. Wir haben es geschafft. Ja, jetzt geht es aber richtig rund. Jetzt kommt der Trainer à la Trainer. Und ich weiß nicht, wie der bearbeitet wurde. Oh, je. Wollen wir Blue im nächsten Part machen? Nein. Was sollen wir denn sonst an diesem Part machen, bitte? Trainer habe ich alle besiegt. Wir können mal gucken, ob wir irgendwelche Pokémon finden können. Ich kann ja noch ein paar Mal durch die Pokémon-Liga rushen zum Trainieren, aber da habe ich keine Lust drauf. Ich bin ja gespannt, ne? Dass der so alles drauf hat. Ne, ich weiß, was ich jetzt machen möchte. Ich will zurück nach... Dings. Mein Geld abgeben, vorsichtshalber bei meiner Mutti... Nein. Warum? So feige bin ich nun auch wieder nicht. Los geht's. Schnappen wir uns den... Arschkrampen-Pisser. Er wird bestimmt mit einem Tauboss anfangen, so wie ich ihn kenne. Aber ich weiß nicht, was Shin an ihm geändert hat. Das ist das Problem. Gehen wir einfach mal davon aus jetzt, dass er Tauboss einsetzt. Einen Switch. So. Puh. Los geht's. Oh Gott, es geht los. Oh mein Gott. Alter, willst du mich verarschen? Level 80. Oh mein Gott. Are you fucking serious? Wir sind schneller? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Confused. Schlag dich selbst. Komm. Schwertanz. Oh mein Gott. Rollout. Oh oh. Rückzug keep. Yeah. Schlag dich selbst. Warum schlägst du dich selbst? Puff. Warum schlägst du dich selbst? Puff. Warum schlägst du dich selbst? Puff. Loser. Uh. Das hat ja nichts gebracht. Oh nein. Er steigert seine Angriffspower weiter. Okay. Das dritte Mal. Turbo-Tempo. Hm! Nicht wirklich effektiv, aber tötet mich fast. So, das war's mit Taubos. Taubos haben wir schon mal down. Sehr schön. Vielleicht hätte ich mit einem Donner schneller gewinnen können. Aber, aber... Was kommt jetzt? Exeggutor. Ähm, Walzer ist auf... Jetzt gleich auf 5. Wir wechseln trotzdem das Pokémon aus und setzen dagegen Hundemann ein. Erstmal heilen wir mit Furrystore unser Magneton wieder. Oh oh. Fireblast. Vor allem AP Plus draufgeknallt und nur einen mehr. Oh Gott, Level 79. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Komm schon Hundemann, das überlebst du doch. Komm schon. Komm schon, hallo. Oh mein Gott. Not very effective. Aha. Es lädt sich wieder auf. Wir setzen Flammenwurf ein. So, das war's mit Kokowai. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bis jetzt läuft es noch relativ gut. Ich sag nur relativ. Rydon, das ist, ähm, Rizeros. Da brauche ich nicht lange überlegen. Azumere. Dein Dienst. Der Simon Südtio. Oh mein Gott. Krasse Scheiße. Surfer. Das ist jetzt Part 40, glaube ich, ne? Nein. Oh mein Gott. Das bisschen hätt ich ihn auch noch nehmen können. Raindance. Oh oh. Blizzard. Blizzards. Oh mein Gott. Wir haben überlebt. Und wir treffen nicht. Hat nicht viel gebracht. Okay. For restore. Hydropumpe. Okay. Äh. Tod. Magneton. Komm. Fanda. Es ist tot. Sauber. Das war Garados. Okay. Was kommt jetzt, ist die Frage. Akani. Oh mein Gott. Okay. Akani setzt mit Don Phan ein. Okay. Ich hab gedacht, dass er, ähm, Akani auf dem höheren Level hat. Oh oh. Und das ist übel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, I am fucking serious, man? Ja. Ähm, ja. Und warum wüsste ich, dass das passiert? Oh 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 oh. Oh 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 oh. Das ist so ein Witz, ey. Ohne Scheiß, das ist unmöglich. Oh! Oh geil, ich habe so ein Glück gerade. Oh, ich habe keine Heilsache mehr. Ähm. Ja, war klar. Aber Azumari kann jetzt die Sache rausreißen. Oh. Gut, dass sein Fire Blaster nebengegangen ist. Ja, okay, Extremtempo würde mich jetzt nicht töten. Geil. Rain Continuous Fall. Tötet mich das jetzt? Nein, wir haben überlebt. Oh mein Gott, ich habe schon... Ich habe schon längst aufgegeben innerlich. Ich habe schon gedacht, das war's. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Das war Akani. Was hat er noch? Magni 300 Level 60 erreicht. Boah. Ach du Scheiße, ey. Nein. Alakasam. Wir bleiben erstmal kurz bei ihm. Das ist jetzt eben das Opfer, weil ich Hundemann brauche. Der Hundemann hat leider nichts, um sich selbst zu heilen. Und ich hätte noch ein bisschen einkaufen sollen. Scheete. Okay. Alles oder nichts. Oh mein Gott, das sieht echt gut aus für uns. Recover. Gleich haben wir dich. Tod. Oh mein Gott. Wir haben ihn gleich. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Special Attack bei 140. Was kommt noch? Rizzeros. Stimmt. Oh mein Gott. Jetzt heißt es, alle gingen Rizzeros. Crunch und das war's. Oh mein Gott. Shin, du bist ein Drecksack. Ohne Scheiß. Alter. Dass Blue so heftig ist. Ich fass das nicht. Was zur Helle. Und was sagt er noch? Blue ist der zweitstärkste. Der drittstärkste ist der Rivale. Das letzte... Welchen Tag haben wir heute? Mittwoch. Ich glaub mittwochs ist der Kerl aber nicht bei der Pokémon-Liga, oder? Naja Leute, wir machen den nächsten Part wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play. Pokémon Crystal Plus 100%. Haus rein, schau rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Dengoku. Ich bin ein, wenn es heißt Let's Play. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017